Heute sind wir auf der A&A in Düsseldorf, der internationalen Leitmesse für Betriebssicherheit, Arbeitsschutz und wollten uns da mal den Messestand von unserem Kunden Knuffi, SAG Pro Profile ansehen und sind alle jetzt geflüchtet vom Stand, damit ich mal ein schönes Video machen kann. Aber der Galpain kommt jetzt dazu, damit ich ihm ein, zwei Fragen stellen kann. Herr Galpain, vielleicht möchte ich mich kurz vorstellen und uns einmal kurz sagen unseren Besuchern auf der Website, warum sie auf der Messe sind, was wollen sie damit erreichen und hat es sich für sie gelohnt, der erste Messe-Tag? Schönen guten Tag erstmal. Mein Name ist François Galpain, ich bin Geschäftsführer von SAG und wir sind sehr präsent auf dem deutschen Markt und international und wir besuchen dann diese Messe seit mittlerweile sechs Jahren und die Messe findet alle zwei Jahren statt und wir sind sehr, sehr froh hier und dabei zu sein. Es ist für uns eine sehr, sehr interessante Plattform, unsere Produktneuheiten vorzustellen.